Hallo und herzlich willkommen und hier ist Krabb und ich heiße euch herzlich willkommen zu Insanity.exe und Okay, das ist eben schon passiert. Ich dachte, dass wir random, aber es scheint schon jedes Mal passieren, wenn ich irgendwo gegen fliege. Ich hatte eben ein paar Probleme, das Ding aufzunehmen, aber das Spiel hat sich der Quoten-Taliner-Gewünscher gesagt, dass es relativ creepy sein sollte. Das sieht der nach einem typischen Creepypasta-Game aus, die ich an sich überhaupt nicht leiden kann, aber ich würde mir einen gefallen. Kommt gleich ein Jump-Scare wieder. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Jump-Scan 3, 2. Fuck you. War überhaupt nicht offensichtlich. Okay. Ach, wir können auch nach rechts fliegen. Okay, das hätte ich vielleicht mal bedenken sollen. Okay. Ich soll hier durchfliegen. Ich habe irgendwie sonst nichts zu tun. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Aber ich folge dem Spiel einfach mal, damit mir 25.000 Jump-Scare ins Gesicht fliegen. Ich werde hier ohne sterben. Doch nicht. Okay. Oh, das war knapp. Okay. Ich habe nicht viel zu sagen, außer, ja, Insanity. What the fuck ist gerade passiert? Okay. Ich lasse das Spiel einfach mal seine Pfade gehen und wir spielen einfach, weil ich kann ja sonst hier nichts machen. Hey, was geht? Tails, mir geht's gut. Und ihr? Wird es ein High Five geben, Kumpel? Das ist ein wirklich meaner Mann. Ja, ich hoffe, das Spiel nimmt überhaupt auf, weil Fraps zeigt mir nicht an, dass ich überhaupt im Spiel drin bin. Das heißt, wenn ihr das Video jetzt hier seht, dann hat es wahrscheinlich aufgenommen. Wenn nicht, dann habt ihr das hier niemals mitbekommen. Also, warum sage ich das überhaupt? Niemand weiß das. Bla, 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 bla. Okay, es gab einen bösen Mann und der war sauer und der wollte alle Menschen, Viecher töten und so. Ja, okay. Es scheint eine sehr deep Story zu haben in das Spiel. Falls ihr merkt, ich bin nicht der größte Feind von solchen Creepasta-Spielen, weil die meisten einfach nur tausende Jump-Scaves sind, die einfach überhaupt nicht dazu passen und ziemlich komisch programmiert sind. Creepasta-Games klappen nicht, wenn man sie wirklich in das Spiel reinbaut. Meistens sind die Storys über die Spiele zehnmal gruselig als Spiel an sich. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Wenn das hier gut ist, dann ist es gut und dann freue ich mich. Ich wollte nicht mitbekommen, ob es jetzt ging. Okay, irgendwas Böses passiert und irgendjemand hat verdient, bestraft zu werden. Ich weiß nicht wer. I'm sorry, Little Ghost. Oh, Little Ghost. Mouse Power. Tails. Okay, also spielen wir Tails. Ja, tu mir. Tu mir nicht. Ja, okay. Komm, reicht. Lass mich, lass mich Angst haben. Kumpel, komm rein. Das ist ein creepypast. Ich wende, das Spiel geht fünf Minuten und vier Minuten davon werden dieser Anfänge sein. Aber naja, ich lass einfach durchlaufen. But the story hasn't ended where. Jumpscare, ich sag's dir. MAAA. Fuck. Das war da eben schon. Ihr sagt mir nicht alles drauf und vorne. Bitte nicht. Da wär ich leicht pisst. Leicht pisst. Ganz leicht pisst. Erst bisschen. Okay, das war so fucking creepy, aber typisch, okay. Where am I? This place looks full and famous. It's a little familiar. It's empty and dark. Ich muss hier raus. Kann ich springen? Oder so? Nee. Ich kann nicht springen. Ich kann nur sprinten. Alles deine Schuld, Eggman. Ich kann nicht springen. Sonic, zum Glück bist du hier. Wir müssen hier weg. Wer, wer ist hinter uns her? Salgo. Ein Teufel. Der hat die Kontrolle über Tails' Körper übernommen. Und der echte Tails muss hier irgendwo im Leben sein. Tails, ich muss ihn finden. Äh, ich muss hier irgendwo einen Weg rausgeben. Okay. Kann ich springen? Warum kann ich nicht springen? Ah. Ich springe mit X. Oldschool Games, ja? Äh, okay. Das war der Slender Jumpscare Sound, aber okay. Ich hab... Du kannst runnen. Du kannst runnen. Oh, okay. Kann ich springen? Nein. Ein fettes Bild im Hintergrund. Wie geht's dir? Kind und fair. Nett und fair. Ja, total nett und fair. Gleich kommt eh ein Jumpscare. Sehr Jumpscare? Not perfect. Ich bin nicht perfekt. Ja, das stimmt. So perfekt bin ich nicht. Aber du auch nicht. Und niemand ist perfekt. Und deswegen, hör auf, solche bösen Sachen zu sagen. He comes. Er kommt. Das Bild ist relativ creepy. Jetzt kennst du meine wahre Identität. Jetzt bist du in meiner Welt. Ich bin... Hive Mind. Äh, Hive Mind. Ja. Okay. Holy shit. Laptische Warnung, was? Ich weiß, ob die ganzen Sachen und einsammeln sollen. Aber ich mach's einfach mal. Läuf alle ein. Ich sag ein gutes Ende oder sowas. Bist cool. Oh, das gibt einen Kopfschmerzen. Ich weiß, sehr unangenehm. Hast du... Hast du Spaß? Black? Bist Black? Ich glaub schon. Ja, okay. Ich lese mich so ein, sicherlich. Weil... Spiel? Hallo? Wo bin ich jetzt? Ja, das frag ich mich auch gerade. Der Klon... Eggman hat meinen Körper benutzt, um... Andere Sachen... Blablabla... Blablabla... Okay. Ähm... Ja. Du bist zu langsam. Wer bist du? Ich kann Sonic hören. Ich bin Gott. Sonic ist in Gefahr. Deine Seele gehört mir. Sehr deep und sehr gruselig. Oder so. Okay. Das war's. Kann ich irgendwo hin? Gleich kommt eh ein Jump-Scans zum Spiel vorbei. Ich sag's euch. Ich hab zu viele solcher Spiele gesehen und gespielt. Tails, warte. Wir sollen hier weg. Okay. Verbinden wir halt. Fuck. Ähm. Okay. Das Spiel hat sich geschlossen. Und das Spiel versucht, ein weiteres Spiel runterzuladen. Okay. Das Spiel versucht, ein weiteres Spiel zu downloaden. Und ein komisches Bild ist im Hintergrund draufgegangen. Ich zeig's euch hier immer. Naja. Das scheint's gewesen zu sein. Wenn ihr wollt, ihr euch den zweiten Teil spielen, dann sagt mir Bescheid. Obwohl ich den jetzt nicht so berauschend fand. Naja. Quoten-Diener, das war für dich. Ich fand das Spiel jetzt wirklich nicht so wirklich gut. Die Jump-Scans waren sehr billig und nicht besonders gruselig. Und viel Zusammenhang hatte das auch nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht den zweiten Teil gibt, dass da mehr Sinn macht oder so. Aber naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Acropto. Bis dahin. Bye. Okay. Auf. 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 Oh. Oh. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh. Shit. Oh shit. Okay, ich fände. Ich fände. Okay. Oh, das ist creepy. Okay. Das packe ich nicht. Ich trau den Weg nicht.